Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und somit beginnt auch wieder eine neue Woche. Nachdem meine beiden Kollegen die letzten beiden Wochen fulminant durchgemacht haben, bin ich mal gespannt, wie ich mich schlagen werde mit einer vollen ganzen Woche. Heute werde ich mit den folgenden Themen mit euch in den Morgen starten. Zum einen ist es Samsung AR, Wine, Microsoft und hier, Gatebox. Ich habe ein bisschen Pokémon Go auf der Apple Watch für euch, Super Mario Run. Elon Musk will buddeln und drei Tipps für euch. Samsung hat es ja schon seit Längerem begriffen, dass sich auf verschiedenen Gebieten in der Tech-Welt einiges zu machen ist und einiges zu holen ist. Sie haben auch schon mit der ersten VR-Brille gestartet, die nächste soll in Arbeit sein. Wie man aber jetzt mitbekommen hat, ist Samsung auch an der Lösung à la Microsoft HoloLens, also Augment Reality, am Arbeiten. Da bin ich sehr gespannt, mit was sie da auf den Markt kommen. Ich hoffe, dass es preislich ähnlich unten reingeht, wie sie mit ihrer VR-Brille gehen, weil dann wird das Ganze natürlich noch spannender. Wein. Wir hatten es vor kurzem, besser gesagt, ich war glaube ich irgendwann im Oktober diesen Jahres, haben wir euch in den Newsfolgen vom Geek Talk berichtet, dass Twitter den Wein-Dienst einstellen wird. Sprich auch die App einstellen wird und alles drum und dran. Die Seite ist noch online, die Videos kann man noch anschauen. Dem soll sich anscheinend auch nicht wirklich was ändern, wenn man Twitter glauben soll, weil die Videos sollen online bleiben, man soll sie anschauen können und und und. Mit der Community hat man sich ein bisschen unterhalten und die meinte, sie wolle den Dienst oder die App behalten. Dem soll jetzt auch so sein, sprich die App wird nicht wie eigentlich vormals kommuniziert eingestampft. Sie wird nur per Mitte, ich glaube es war Mitte Januar, mit einem Update ein bisschen, wie sagt man, entmannt, entfutured. Es wird eine reine Kamera-App werden. Heisst, ihr könnt in Zukunft dann weiterhin solche sechsekündigen Videos drehen, die in Loop schalten und über Twitter teilen oder euch die in die Kamera-Roll auf eurem Smartphone lokal speichern. Also wer also dieser Dienst oder besser gesagt diese Möglichkeit von Loop-Videos gefallen hat, wird auch weiterhin solche Videos noch drehen können und dann halt einfach direkt auf Twitter teilen. Macht ja auch Sinn, weil mehr Leute da sind. Microsoft hat ja früher mal auf ihren Windows-Phones hier drauf, die Karten-Map. Ein Grund, weshalb ich immer, wenn ich ins Ausland ging, gut, ich habe ja ein bisschen Daten auch im Ausland, aber dennoch ein Windows-Phone mitgenommen habe, wegen der hier-Map. Die gibt es nicht mehr, die App, schon seit ein Weilchen nicht mehr auf Windows 10. Zum Glück natürlich jetzt auf iPhone und Android, deshalb habe ich da halt einfach umgestellt und ließ dann das Mikrofon, Smartphone zu Hause. Etwas unschön für Microsoft, aber da wurde jetzt anscheinend sich, also die haben sich jetzt geeinigt auf eine jahrelange weitere Zusammenarbeit. Sprich, die ganzen Dienste, die Microsoft beschiesst, Cortana, Bing und so weiter, werden auf Daten von hier setzen. Sehr spannend, ich hoffe, somit kommt auch die App wieder zurück, weil dann werde ich mir auch wieder mal ein neueres Windows-Phone anschauen, dann macht das wieder ein bisschen mehr Sinn. Die Asiaten, Japaner, wer auch immer, sind nicht unbedingt, oder zumindest meint man das bei uns oder hört man das bei uns immer wieder, dass sie relativ viel Single sind, also nicht wirklich in Beziehungssachen relativ kompliziert sind, sagen wir es so rum, um niemanden beleidigen zu möchten. Und da gibt es jetzt eine Lösung anscheinend von Gatebox, die kommen will, quasi eine holographische Amazon Echo oder Google Geschichte, also die für das Zuhause Google Home. Das Ganze will zweieinhalbtausend Franken kosten, dafür hat man nachher eine Holographie, eine Form von einem Anime zu Hause, den ein ganz nett sich mit einem unterhaltet, wo man eben nicht nur eine Stimme hat, wie bei Amazon bei solchen Diensten, sondern eben als Anime eine schöne Figur hat, die mit einem redet. Man kann auch unterwegs via iOS und Android mit der Figur sprechen, sehr praktisch, ob das wirklich der Sinn des Lebens ist oder das, was man dann schlussendlich will, muss jeder selber wissen. Zweieinhalbtausend Währungseinheiten soll das kosten. Pokémon Go für die Apple Watch wurde gross angekündigt an der Keynote von, an der Apple Keynote. Damals gekommen ist bis jetzt nicht, sie wollten ja im 2016 noch kommen. Via Twitter hat Nintendo verlauten lassen, coming soon, könnte eventuell nächstes Jahr werden. Aber bei Apple hat es ja mit den Irrdingern auch noch dieses Jahr geklappt. Ich drücke mal die Daumen für alle Pokémon Go Spieler. Dann gehen wir gleich weiter mit Nintendo. Super Mario Run hat ja anscheinend alle Rekorde geknackt, sprich der letzte Rekord im App Store war Pokémon Go. Da waren ja Zahlen von zwei, dreihunderttausend bis zu zehn Millionen im Gespräch. Bei Super Mario Run sind Zahlen im Gespräch zwischen drei und fünf Millionen, die am ersten Tag runtergeladen wurden. Viele schlechte Bewertungen hat es gegeben, meistens wegen Preis und Online-Zwang. Mich hat beides nicht gestört, Daten habe ich genügend und ja, zehn Franken, es ist ein Spiel, das mir Spass macht. Ein Spiel aus meiner Kindheit, das ist oder war es mir wert. Für all diejenigen, die den Trailer dazu noch nicht gesehen haben, den habe ich wirklich erst gerade heute Abend während der Recherchen der Themen entdeckt für unsere Folge. Super Mario Run gibt es als Trailer, wir haben ihn bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch verlinkt. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Elon Musk, da sieht man mal, wenn es Millionären, oder ist er bereits Milliardär, bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn es denen langweilig wird, dann erfinden sie schnell mal was oder möchten was erfinden oder möchten irgendwas tun, irgendwo hin Geld schmeissen, um das Ganze zu ändern. Elon Musk, genau gesagt, stand im Stau und da meinte er via Twitter, er werde jetzt dann in Tunnelbau investieren, sprich in so eine Maschine bauen, wo man Tunnel bauen kann. Als ob es in Tunnels nicht auch stauen könnte. Mal schauen, was der junge Herr noch alles so bastelt. Vielleicht kommt er ja mal in die Schweiz. Wir haben ja jetzt seit dem 11. Dezember, also rund sieben Tage, genau, letzten Sonntag, den längsten Eisenbahntunnel in Betrieb genommen und da läuft ja alles wie es sollte. War ja auch früher frei. Okay, ich hoffe, der junge Herr kommt nicht nächstens auf die Idee, einen Flughafen zu bauen, sonst könnt ihr sich auch noch am falschen Ort informieren. Excuse me. Ja, die drei Tipps, die ich euch noch versprochen habe. Nova Launcher Prime, den Nova Launcher, Android-Nutzer kennen ihn sicherlich, gibt es kostenlos zum Nutzen. Die Pro-Version kostet ein bisschen was. Das Ganze gibt es aktuell stark vergünstigt. Also gut, stark vergünstigt. Gut, bei Android muss man das sagen. Von 50 Euro Cent auf 10 Euro Cent runter. Wer da nicht schon zugegriffen hatte, soll die jetzt endlich tun, weil das ist es dann wirklich wert. In der Schweiz gibt es 20% Rabatt auf iTunes-Karten. Wo ihr das bekommt bei uns in den Shownotes, findet ihr einen Link dazu, direkt dorthin, wo das Ganze es gibt. Dann haben wir im Geek Talk, und das wäre Tipp 3, und mein Rausschmeisser, ein Interview veröffentlicht mit dem Reidinger, dem Sven Hook. Wer es noch nicht angehört hat, solltet ihr das tun, Link dazu wie auch all das andere bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ca. Ich hoffe, ihr habt gut starten können in die neue Woche mit mir. Und ich und auch das ganze Geek Talk Team wünschen euch einen wunderschönen Start in den Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.